Männertag ist, wann ich es sage. Planen Sie jetzt Ihren Besichtigungswunschtermin bei Lanzkron und buchen Sie gleich online unter www.lanzkron.de. Der Rundgang durch die legendäre Braumanufaktur in Görlitz endet in geselliger Runde mit dem Genuss köstlicher Lanzkron-Biere. Unter lanzkron.de buchen Sie sich Ihren Männertagsausflug, wann Sie es wollen. Lanzkron. So echt wie das Leben. Psst, geht natürlich auch für den Frauentag.